Hallo, ich bin's, der Dennis von Multimedia Tutorials. Und was die wenigsten von euch wissen, ist, dass wir ein geheimes Giveaway in einem unserer ersten Videos am Laufen hatten. Es hat nur einer mitgemacht, deswegen kann auch nur einer den Preis bekommen. Und ja, der Preis, muss ich auf jeden Fall sagen, mit dem kann man wirklich richtig, richtig viel Spaß haben. Das ist wirklich Spaß hoch drei. Und ich hoffe, dass auch derjenige ein Unboxing oder ein Video dazu macht. Das war's auch schon und tschüss. Ja, hallo, hier ist der Peter. Ich mache jetzt ein Unboxing von dem Multimedia Tutorials Paket. Ich finde das sehr nett von denen, dass die mir das gesendet haben. Ich habe sie auch gewonnen, echt verdient. Hier, den Namen habe ich zensiert, naja, das ist unwichtig. Jetzt fange ich mal an mit dem Unboxing und mache das Paket auf. So. Oh, was ist das? Nein. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Oh, da liegt ja ein Zettel drin. Oh, ist das hell. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Oh, da können wir nicht reingucken. Es ist in der Sonne. Es geht ja tief. Ich sehe da nur ein weißes, helles Licht und krelles Boden sehe ich da nicht. Egal. Herzlichen Glückwunsch... Ich zeige es da nochmal in die Kamera. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Wir hoffen, du hast viel Spaß mit deinem Paket. Und wir sind uns sicher, dass du damit sehr viel anstellen kannst. Anleitung. Wenn du das liest, hast du das Paket bereits geöffnet. Finde selber heraus, was du damit alles machen kannst. Achtung. Das ist sogar fett gedruckt. Was ist das? Achtung, bitte keine spitzen Gegenstände und auf keinen Fall Lebensmittel. Mit freundlichen Grüßen, das Multimedia-Tutorials-Team. Ich weiß jetzt nicht, was das soll mit den Lebensmitteln und spitzen Gegenständen. Ich frage mich immer noch, was das hier ist. Ist das ein Portal oder was? Ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich stecke jetzt einfach mal mit meiner Hand da rein, mal gucken, was passiert. Ihhh! Scheiß, Hand geht nicht mehr raus! Fuck, was ist da? Ach du Scheiße! Das hat sich ja eben so richtig merkwürdig angefühlt. Äh, ja. Was kann ich jetzt noch machen? Ich versuche einfach mal... Ich glaube, ich werfe da jetzt mal was rein. Was steht da nochmal drauf? Äh, keine spitzen Gegenstände und auf keinen Fall Lebensmittel. Okay. Äh, ja. Ich habe eine Dose auf meinem Schreibtisch gefunden. Und ich versuche jetzt einfach mal, die Dose da reinzuschmeißen. Und ich explodiere es nicht. Probiert der gerade sein Giveaway aus. Äh, ich versuche jetzt mal, die Dose, die ist jetzt verschwunden, äh, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Hm, na gut, äh, was ist denn das überhaupt da? Egal. Was ich jetzt noch versuche, ist einfach mal, was steht hier so rum? Ah, mein Müll ist voll. Ah, ja. Wenn das die Dose weg ist, dann wird der Müll bestimmt auch dann weg sein. Also, ich versuche es jetzt mal. Aber das gibt mir nicht goh her. Äh, einfach mal versuchen. Äh, der Müll ist jetzt im Loch verschwunden, in dem hellen Loch. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Vielleicht, ich gucke mal unter dem Tisch. Nee, da ist er auch nicht. Aber, ich, irgendwo muss das doch... Egal. Ich sage nochmal Danke an Multimedia-Tutorials für dieses tolle Päckchen. Ich werde noch viel mit anstellen können. Vielleicht werde ich auch mal einen spitzen Gegenstand da reinwerfen. Ist mir eh egal, wo das hinfliegt, weil da passiert auch eh nichts. Also, vielleicht ist es ja irgendwo jetzt. Keine Ahnung, wo es ist. Und, ja. Was gibt es noch zu sagen? Ja, nochmal Danke an Multimedia-Tutorials für dieses tolle Paket. Und ich hoffe, ihr macht weiter Giveaways. Bis dann. Ciao. Ciao.